Willkommen hier wieder zurück zu Xenoblade Chronicles. So, wir wollten reden. Reden, reden, reden. Ganz wichtig. Wir wollten hier über die Kammer, äh, die Kammerkolonie reden. Es scheint so. Still, es gibt viel weniger Soldaten hier, als ich erwähnt habe. A lot of the Soldaten employed on that mission haven't come back yet. No one knows what became of them. The mission where we became Auroboros, yeah? I dare say that's the one. Sorry. Should have kept my mouth shut. No, you didn't do anything wrong, Uni. All the Soldaten left in the Colony are newbies, with no combat experience. Right now, they've been ordered to stand by as a reserve force, far from the front lines. A good thing, too. That's what saved Kairi and others' lives. Plus, they didn't get to learn the truth about us and the world. But... Ugh. It doesn't sit well with me to pretend like everything's fine, though. Mia, would you mind talking to this commander of yours? Teach. About what? Everything. Tell him thanks for taking us in, no questions asked. Now look. I know I said he was trustworthy, but... No. Noah's right. I was planning on telling him everything anyway. And if we're gonna talk, we may as well lay it all out sooner than later. We can't just expect people to trust us while we hide the truth like this. Yeah. Makes more sense than staying and hiding. Right. The commander will understand. I know it. He's crazy harsh, but crazy fair, too. Harsh? He didn't look it. Sometimes ignorance is bliss. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Kommandeur. Und reden mit ihm. Herr Commander. Ah, how is everything? If you still need to rest, then... Commander. There's something else I'd like to discuss with you. Of course. You don't look like you've come to just deliver a report. Then, shall we relocate? That should be more convenient for you. Yes. That would be helpful. Thank you. Ah, yes. I know a good place nearby. Let's talk there. What? Commander, please. We don't need to go there. It has a beautiful view, and a particular peacefulness about it. How lovely. I'd love to see it. This is bad. This is all going south. It's just a change of place. I don't get what the problem is. Ugh. We'll regret this. I'd rather not delay, but unfortunately I have some work left to do here. Wait for me next to the training ground. I'll meet you as soon as I can. Very well. We'll see you there. They were outstanding soldiers. I'd go so far as to say they were the pride of Agnes. So, now they're traitors. People are mysteries. You can never really understand them. Don't you agree? I'm sure there's a place where there's a command. And Suhl. But, I'm the commander. I can't let my personal feelings get in the way of my duty. I will deal with them. You can leave the matter with me. We can't afford to ignore anything that might do our very world harm. Naja. Dann machen wir's halt platt. Sorry to have kept you waiting. So, shall we head out? Yeah. So, is this good place of yours far? I'd say reasonably near. But the road is poorly maintained and slopes a lot. It might not be an easy journey. Oh, great. Now I'm totally sold. It all depends on how you walk it. Once you get the hang of it, it's just like strolling through a field of flowers. If you don't mind, I can explain on the way. Well, in that case... Sounds great! If it's reasonably close by. We'd better get ready. Ah, see you do. Where do I go? Scheinbar müssen wir hier hoch. Achso, und da rechts rum. Okay. Dann komm ich hier gar nicht hoch. Meine Güte. Sieht aus wie nachher so ein riesengroßer Angriffsplatz. Aber wir gehen hier trotzdem mal nach links und schauen mal, was wir hier haben. Hm? Was ist das? Oh, sieht aus, wie wir von hier gehen können. Ein kluger Vogel. Äh, äh, Roggel. Ein rechteckiges Fragman. Die Speerbrücke. Oh, da vorne können wir jemanden noch den Weg weisen. Das finde ich ist wichtig. Ernsthaft? Das Video ist auch noch heiler. Barriere. Das ist so lange für ein Cocktail, Pauke. Ach. Ach, Mann. Man will einfach nur schnell durch und dann sowas. Witzig. Hm, schön. Dann geht's mal weiter hier hoch. Hier ist ja gleich der Platz. Watch your step. Watch your step. Right. This is where it gets real. First, imagine a stake. The stake is hammered into the ground, so deep that it becomes one with the earth. Now take that feeling, and that's how you're going to take each step. Your feet are the stakes in this case. Oh, I guess I... No, I don't get it. That's all you need to know for now. You'll pick the rest up as you go. Du hast ein Spezialtalent von Südow gelernt. Du kannst um bestimmte steile Abhänge hochlaufen, ohne herunterzurutschen. Ein Spezialtalent, das du von Südow gelernt hast, damit du in unwechsamen Terrain wie Treibsand bergauf gelangst, ohne abrutschen. Hier geht's. Keep that up, everyone. You have all good heads on your shoulders. Ah, this is strictly first termal level stuff for us. Heavis. Okay. Pröster, René. Also ist das hier weiter nix? Haben wir hier noch irgendwas, bevor ich da jetzt hingehe? Und den da hinten komme ich noch nicht ran, aber er sieht aus, als ob er ein bisschen gefährlicher wäre. Ja. Ja. Was passiert hier jetzt? Oh, are you sure? The key to training is working the whole body, rather than focusing too much on any one exercise. I'm sure it's not a problem now, but keep it up and you'll wear yourself out. Oh, wow. I see. Hmm. Not good, though. I believe I already taught you this in the past. Ah, I'm sorry. Look at you, all calm and cool. Indeed. Because I train properly. This is harder than I expected. I said we'd regret this. The commander is also the colony's instructor, after all. He seems mild-mannered enough at first glance. But new recruits are terrified of him. They'd rather face a battle than his wrath. Huh? Tion, are you okay? You shouldn't start off on your training. Just because you've seen real battle. Whether you live or die on the battlefield is determined by how you face it. That's where it ends. Excuse me. I didn't mean to lecture. You never change, commander. Ah, don't embarrass me. You really do come across as an instructor. I'll take that as a compliment. It's pretty unusual for a commander to be an instructor as well, though. Probably. In my case, well, there's a lot going on. What do you mean by that? Just what I said. Anyway, break time's over. Let's crack on. Don't say that! Lance, voll angepisst. If memory serves. He's the one who can catch our breath. Let's take a breath. So, da vorne ist eine Etherquelle. Toll, nur 29er. Super. Das finde ich interessant. Die Etherquelle oder Etherquelle, die finde ich schon interessanter. You can never go wrong with some Ether. Aber ich könnte hier nochmal trainieren. Dann könnte ich Stufe 60 werden, ne? Ah. Falls es geht. Ich weiß nicht, ob ich genügend Punkte habe. Let's make the most of our break, guys. Schön. Stufe 60. Nice. Let's get going. So, gucken wir mal ganz kurz, wie sieht es charaktertechnisch aus? 7, 6, 5, 2, 1, 9. Okay. Weiter geht's. Weiß ich jedenfalls, was damit gemeint ist, dass es hier eine wichtige Sache wäre. Geheimpunkt-Infekt? Ich glaube, das wird gleich wieder richtig schön aussehen. Und dann wird das durch so ein Event gleich überschattet. Schade. So eine schöne Aussicht hier eigentlich. Wo ist das Schwert eigentlich? Wo ist die Schwertmarkt? Ich gar nicht. Hm, komisch. Das ist... Das ist... Was denkst du? Ein guter Ort, ist es? Es ist ein peacefuler, invigorierenderer. Ein Ort, 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 ein Ort. Und dann geht's das hier weg von hier. Das ist das? Ja, das ist das. Ich glaube, du kennst dich über das Stadte der Kolonien Gamm. Ja. Das ist tatsächlich was ich wollte. Dann kann ich dir sagen, dass du nicht musst, Mio. Was? Du... Das ist das, was ich noch nicht gesagt habe, ist das, was ich noch nicht gesagt habe. Ich meine, dass ich mit dir mit dir hier und jetzt bin. Was? Aber du... Das ist... Das ist ein Traitor, Ouroboros, von unseren Ranks, ist eine Sache der höchste Priorität. Ich bin der Kommandante der Kolonien Gamm. Ich kann nicht schreckt diese Fälle. Das ist das, was du verstehst. Was? Dass du uns hier rauskriegst, um uns in zu tun? Ja, ich bin auf die Höhe, danke. Kein Mensch in der Kolonien will lernen, was du bist. Entstehen, dass das Fakt, dass ich das nicht in öffentliche mache, ist ein Zeichen für meine Respekt für dich. Aber Kommandante, warte. Bitte, einfach hör' dich. Was wäre das Ziel? Worte blühen, die Wahrheit und Lies so schnell. Kommandante. Wir haben keine Wahl. Are you prepared? Face your deaths with honor. The time has come. Super, und der ist jetzt Stufe 60. Ach ne. Ha! Ich dachte schon, der ist Stufe 60. Ich hab' den ja gerade eigentlich noch gelevelt, ne? So, Fusionstechniken einsetzen. Ich hab' den widerstanden. Glaub's nicht. Zack. Hä, will er mich verarschen? Wir sind doch stark genug. Ich wusste, dass er eine Stamina hat, aber das ist... Du, auch, hast du einen Impressiven Macht. Aber es ist das Macht, das ist der Grund für alles, was falsch ist. Sie schreckt die Leben der anderen, als auch dich selbst. Nein, du hast es falsch gemacht, wir... Nein, das ist nicht etwas, was nur dich beschäftigt. Diese Macht ist ein Maelstrom, das um den Welt zu befinden. Ein Maelstrom, insofern, wird ein Torrent der Rage, das schweizt die Leben ohne Geräte. Wenn du wirklich wissen, was passiert in Kolonien Gamma, dann musst du das verstehen. Das ist... Also, erzähl mir, Mio, war es die Macht zu werden, ein Ouroboros, die dich auf den anderen Seite gebracht hat? Warst du nur ein Teil von einem Maelstrom? Nein, du bist falsch. Und was genau ich falsch bin? Wir wurden Ouroboros von pure chance. Aber wir glaubten, dass es so viel Macht, wir könnten mehr machen. Ha! Was machen? Keep das Leben alive. Findet neue Möglichkeiten, um unsere Leben zu nutzen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, aber das ist das, was wir wollen. was wir brauchen, um es zu nutzen. Das ist alles, was ich sicher bin. Sehr schönes Worten. Wir können nur... Wir können nur weitergehen. Wir wollen finden eine Art, das nicht betrifft die Leben. Wir können nicht wegführen. Wir wollen so weit wegführen. Ich glaube nicht, dass sie traitors sind. In meiner Kapazität als Kommandor, ich sie nicht verdammt des Todes. Sie sind in Bezug auf, Konsul? Der Konsul ist hier. Also, das ist wo du schlappst. Was ist eine schöne Fiktion. Bravo! Der Fakt bleibt. Ouroboros wird der Welt zerstören. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Ansonsten, Menschen können sich ändern. Ich will sie glauben. Wie der alten Sie? Ja, ich hatte keine Wille, keine Resoluzung. Nur Schade. Aber sie sind nicht ich. Sie werden einen anderen Weg gehen. Du wirst du schlappst, egal was. Du hast mir eine Chance zu verabschieden. Ich habe eine Obligation. Ich habe eine Chance zu verabschieden. Also, wir können uns zu verabschieden. Wir werden das hier verabschieden. Wir werden das hier verabschieden. Sehr gut. Dann werde ich dich und die Traitern verabschieden. Wir werden die Macht von Mobius. Kommandor! Richtig, ihr Leute. Es ist Zeit, um den Weg zu gehen. Probe, dass diese Macht zum Licht caramelisiert wird. Okay. Okay. Ich denke mal, der wird schnell fallen. Aber es wundert mich, dass er sich hat so schnell überzeugen lassen. Und kankt hier irgendjemand einen Schaden? Ich wollte nur mal fragen. Einmal drehen, danke. Und tadaa. Er war ja schon getroffen. Na komm, dann gehen wir auch rein. Nio, komm. Bringen wir ihn zum Schwanken. Den mal zum Schwanken bringen. Nömal schön schlagen. Und wir machen ihn platt. Zack, 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 zack. Und nein, er ist echt noch nicht weg, doch er ist weg. Hatte er doch gerade auch schon. Dann war er wieder raus, dann war er wieder rein beim Bosskampf und jetzt ist er wieder drin. Na, egal. Ist, was ihr zu tun habt, ne? Ja, ja. Na toll. Komm ich darauf? Ja, komm ich. So. Vorsichtig runterspringen. Muss ich jetzt ernsthaft den Weg zurück... Moment, ich muss doch nicht den Weg zurücklaufen, oder? Ja. Kann ich auch ganz klassisch den Reisepunkt nehmen. Bevor wir das machen, hatte ich jetzt gerade noch was gesehen. Äh, halt, wir mussten hier irgendwo hoch, ne? Da. Da oben ist nämlich auch noch was. Halt, jetzt dürfen wir nämlich hier hochrennen. Mhm. Ist wichtig. Das ist nämlich ein Container. Wunderschöne, was drin ist. Das war definitiv ne Goldmünze. Das war definitiv ne Goldmünze. Die sah aus wie Gold. Anbetrug. Hm. Na, da waren wir doch hoch, oder? Muss ich doch auf der Karte gucken. Meine Güte. Ja doch, ich glaub, da waren wir hoch. Ja, wir sind ja hier lang. Wir sind da lang. Waren hier. Ja, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ach, genau, da waren wir. Ach, wir waren da drüben. Ah, wir waren da drüber deswegen. Ah, jetzt macht das Sinn. Okay. Hier war ich aber runter noch nicht lang gegangen. Hier oben war ich auch noch nicht drauf, ne? Woher komme ich denn da oben hin? Wahrscheinlich hier rüber. Vielleicht. Nee. Woher komme ich denn da rauf? Kann nur hier sein? Oder hier? Das kann ich mir jetzt gerade nicht erklären. Okay. Das macht ja keinen Sinn, da hinzureisen. Weil ich jetzt da runterlaufen kann, verletze ich mich natürlich eher. Ist natürlich auch geil. Hat was. Gut, dann zerstellen wir jetzt die Flammen, komm. Okay. Gut. Oder? Gut. 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 Yes. Hallamstufe 5 Hallamstufe 5 Hallamstufe 5 I once got to see how power can destroy a person up close. I knew a soldier who was lost in it and lost to it. I don't want to see that happen to you, nor does anyone in the colony. It was no choice at all to put my life on the line to prevent it. You're right that being an Ouroboros comes with huge power, but it's full of danger too. Yeah, but we're fine. We use it right, so... The reason I became an instructor was to teach people how to confront power. But there was always a niggling doubt at the back of my mind. That people are at heart stupid creatures that power makes a mockery of. That's... But if you were to ask me whether I still thought that way, I'd say no. So you have hope? I do. Now that I've crossed blades with you, I understand. So... The maelstrom hasn't become a raging torrent, but a clear, strong current. Commander, if that's what you think, then I'd like you to come with us. Oh... And may I ask why? I want you to see with your own eyes that your faith in us isn't misplaced. You want something from us. More than just words, right? Yes. The stream becomes the flow of life itself, bringing change and upheaval to the world. And you want me to be the one to watch over your futures. That's it. Yes. Well, something like that. Hmm... Okay, then. I'll do it. I accept the job. But what have those of you from Keva's to say on this matter? Yes, of course. The more, the merrier. Especially if they're as strong as you. Fine by me. Assuming we never have to fight it out like this again. Well, that all depends on how well you train, doesn't it? Ugh, why? I was only joking. Ah, before I forget, Mio, I'd like to ask you a favor in return for this. Anything. Thank you. I'll run through the particulars later. Oh, wait. I actually know a very good place for talking. It's just... Yeah, yeah, I think I'll pass on that part. Okay. I'm not much, but I will assist you however possible. Sido. Kassenerbe Mio. Sidos, bitte. Er hat sowohl Heil- als auch Angriffskräfte. Verteidige Mitstreiter mit einer Barriere, während du sie mit Technik-Kombos heilst. Okay, also er möchte ja noch mit uns reden. Hey, can I get a hand here? On it. I wonder what's inside. I would like to go. I would like to go down to the bottom. Man. So, haben wir hier jetzt noch irgendwas, was wir entdecken könnten? Glaube nicht. Dass ich die hochklettern kann? Also aktuell sehe ich hier nix. Hier sehe ich nur Informationen, wo man dann reden kann. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist mir was zu essen holen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor. Haut rein. Tschö, tschö. Hähler. Doetents paye disappoint. Oh, ho une an. Ho, Who, ho, ho. Oh, Oh, ho. So,